Das ist sozusagen. Das palästinensische Volk hat ja inzwischen einen eigenen Staat. Doch diesem Volk fehlt immer noch der Zugang dahin. Und die Gruppe singt und kämpft dafür, dass das eines Tages eintreten wird. Wie viele Palästinenser leben auch die Mitglieder der Gruppe Al-Fachar zurzeit noch in Kuwait. Ihr erstes Lied beschreibt das spätere Willkommen in der Heimat. Im zweiten Lied heißt es, ich bin hart wie ein Felsen, wenn man mich zerdrücken will, aber auch zart wie eine Blume. Weil diese Worte den Charakter des palästinensischen Volkes, insbesondere der palästinensischen Kinder, besonders zum Ausdruck bringen, widmet die Gruppe das Lied den Kindern der Intifada. Al-Fachar aus der PLO. Vielen Dank. Applaus Al-Fachar aus der Holbe Zahra Zahra Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus Applaus